ja komm schon steh auf mal steh auf deine freundin ist schon weg jetzt denke ich auf verdammter pisser du verdammter pisser ja wenn wir sonst nicht weiterkommen müssen wir es halt auf diese extremes ja versuche ich mal von hier ist ja direkt ein tritt du flittchen und jetzt aber gut mit dem vulgären ausdrücken was haben wir da hinten herumspielenden fetter zombie werfen wir denn das ding hier um den kopf werfen wir das ding hier auf den kopf ja ich habe den hammer in der hand so mein lieber mein lieber ja gesangsverein äh können wir hier nicht lang ist hier einfach schon ende der karte finde ich ein bisschen schade dass ich einfach raus stellen naja hab mal wirklich ende der karte nennen kann ich weiß dann nicht aber ok zumindest kommen wir hier nicht lang akzeptiere ich soweit aber hey am äußersten rand findet man sogar noch was zu snacken naja komm da kann man doch gleich noch was nehmen naja dann suchen wir uns jetzt noch wie viele zombies ich glaube vier stück brauchen wir noch um diesen wir schlagen 15 zombies den schädel ein mit dem hammer erfolg zu kriegen schauen wir mal hinter uns sind keine neuen mehr aufgetaucht das ist schon mal gut naja dann müssen wir uns mal gucken was jetzt vor uns abgeht wir haben auch wut sollten wir denke ich mal auch einsetzen sobald wir das sobald sich die zeit dafür ergibt mensch mein gang möchte ich ungern rein freifläche aber eigentlich auch nicht geradeaus oder rechts geradeaus oder rechts hier ist so ein schöner lieferwagen springen wir da mal rauf falls da hinten ist noch irgendwo zum hallo 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 ja mein lieber ist aber nicht hin zu hallo hallo nah und du kleine pinker beller du bist du jetzt hier auch hoffe ich doch zumindest du bist doch nicht ernsthaft zu klein für diese welt so und du kleiner komm hier ach leute ist jetzt wirklich so groß der wagen kommt mal rüber kommt mal rüber vielleicht haben wir hier bessere chancen na also ja kommt aber halt im babbel ach die kleine lebt immer noch so die hatte ich schon mal erledigt ja mir glaube ich in 1000 teile gehauen und du schon ganz wieder spinzeln war und versuchen mal von der anderen seite ja 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 komm rüber kommen rüber und immer noch nichts wiederholtes drauf wenn man bringt genauso wenig macht hat sie so weit aus und tritt vielleicht schade schade dann locken wir den mal nach hier vorne ein stück jetzt aber schon sagen unantastbar wunderprächtig da haben wir den mist auch endlich mal geschafft hier und können jetzt ganz beruhigt auf der suche gehen muss ich wieder für die klicks entschuldigen die sind dieses mal wieder ein bisschen lauter liegt unter anderem an neuen mikrofoneinstellungen am pad versuchte wieder so gut wie möglich rauszuschneiden aber klar so war aber gar nicht hier mein freund reicht das reicht das boah da kriegt aber ordentlich war abgezimmert ansonsten habe ich jetzt noch einen zauberstab auf die ohren und damit haben wir es geschafft zauberstab ein bisschen kohle ist stückten herrlich gar nicht gesehen müssen wir die augen hier aufhalten hatte mich schon kurz gewundert warum es denn überhaupt meine visier rot wurde weil es ist ja doch keine selbstverständlichkeit passiert nicht nur wenn gegner im bild ist aber wofür waren da ein dicker zog einfach nur so aus jux und dollerei finde ich nicht schön ganz ehrlich finde ich nicht toll ja die schöne schlange die sich im stab wickelt aber da haben wir denn hier für abenteuerliche bauten ich weiß hinten links war ein zombie aber ich möchte doch jetzt hier mal hoch ein bisschen erkunden was es denn hier oben so feines gibt noch ein baugerüst naja insofern man es überhaupt noch baugerüsten nennen kann das ist ja alles nichts halbes und nichts ganzes na komm da schaffe ich jetzt aber darauf jawohl ach ich glaube hier oben waren wir sogar schon mal hat ein ziegelstein ich glaube die bringen uns nicht wirklich was die ziegelsteine weil ich treffe die so oder so und da kommen einen will ich treffen ein kriegen wir wohin ja hallo mein freund jetzt sehe ich euch natürlich nicht mehr kommt schon dich nämlich jetzt aber somit wenn du kommst kommst du kommst du kommst du nicht ja ja komm stehe auf stehe auf verstehe ich schon kann ich mich bücken und nicht stehen und jetzt muss wird hier weil das sind wie man gesehen hat doch einige zombies und ich möchte nicht schon wieder an seiner zombie horde totgekloppt werden und hier sind wir ja mehr oder weniger sicher dass dieser kleine reichnet das wollte ich gar nicht vielleicht haben die auch einen klappsparten ich wusste gar nicht dass es da lang zur polizeiwache geht kann ich mich gar nicht mehr dran entsinnen ah hier sind wir mit unserem auto das möchte ich gern mal wieder haben meine freunde was ein schattenwurf kommen wir natürlich nicht rein ganz ehrlich ja hier drin haben wir einfach nichts zu suchen dann machen wir uns lieber draußen wieder auf die socken aber gut zu wissen dass dort ein eingang ist das wusste ich nämlich vorher nicht finde ich toll ja kapitel 10 auf ins grüne wir sind aber gar nicht im grünen wir möchten uns lieber noch schön die birne mit alulul vollkloppen obwohl da hinten waren jetzt mehrere zombies und ich habe raserei auf das ist mein safepoint du misstück was soll das denn ja man geht mal ruhe dann lieber her gesangsverein kann da wohl nicht angehen ja schnitt- 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 werkzeug ja wundertrechtig du saulo du saulo lass das brittchen los hat er da wieder da hinten rumgammeln muss passt mir gar wird man da ganz hinten angezeigt ja hallo ab ins feuer mit dir geht doch und jetzt ist sie tot geboren aha ja aha äh ja sieht er mich nicht na los schnitt und ende da hinten ist ja zum einsammeln sollte man vielleicht doch mal da lang gehen eventuell ist es nämlich schon unser klappsparten zumindest hoffe ich es doch irgendwo aber jetzt habe ich den grad nicht gesehen hier die brauche ich um uns gegen den dicken rapper da zu kümmern komm her dicker rapper dicker rapper hat uns jetzt voll aus der latschen gehauen aber wir haben zum glück nur minimalen schaden davon getragen falls der überhaupt jetzt davon kam ja und wieder ordentlich was an kohle abgesagt ein snackchen für unsere kleinen energieverlust und schaufel 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 aber alkohol ist auch okay aber immer mal ein bisschen hier und dem wieder und ach ja stimmt jetzt haben wir gar keinen molly mehr da können wir es stattdessen irgendwas anderes hinpacken oder auch nicht hm was haben wir denn hier oben vor allem ist die müssen wir jetzt wirklich vom auto raushauf so dann schauen wir was wir denn hier schönes finden ja und das sieht alles soweit ganz wie sind wir jetzt tatsächlich wieder hier nur von der anderen seite ach mensch bin ich echt schon so vergesslich geworden dass mir sowas noch nicht wirklich auffällt kommen hallo du kleiner sport ja ja und da haben wir das auch bin ich irre oder was bin ich irre oder was ja mal sehen vielleicht kriegen wir den einfach so erschossen ja das zieht sehr viel ab komm auf den kopf zieht noch mehr ab ja hatte ich nicht sowas wie eine deo bombe habe ich diese deo bombe nicht gegen gab jetzt hammer getauscht ich weiß mir lieber hinter ihnen äh nee 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 das tun sie ja ja wir schlitzen zwischen wie die irren drauf läuft aber gut finde ich soweit ist daher in ordnung auch wenn jetzt keine deo bombe ich glaube das ist eine psychotante leg dich hin ich weiß ich habe die schatten gesehen ich kann die zeichen deuten oh 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 ja geht doch geht doch halt dich hin komm man erst hat Geld haben dann ist noch ein Arschtritt du hast für nichts hinzulegen und dann ist noch ein Tritt und noch ein Tritt auch guck ja jawohl und wir sind abgegradet Musterschüler ist doch auch schön ich denke mal das machen wir gleich erst das müssen wir jetzt nicht hier sofort über den Zaun brechen einfach nur um dann auch was für ein müftiges zu gehen was wir eventuell auch gebrauchen können ja wie lieb ich diese Psycho Spacken 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 Vielen Dank.